Einfach weggeklatscht. Dieser Freezer. Was ist das, was du für mich? Was ist das, was du? Was ist das, was du? Was ist das, was du? So, normalerweise könntest du siegen, Sengoku. Normalerweise würdest du siegen, Sengoku, aber nicht gegen einen manipulierten Freezer, sag ich mal. Da müssen wir dir helfen. So, für dieses erste Stufe. So, wie geht's da? Keine Panik! Aufnahmig, wir helfen dir. So, Kaiser Freezer. Reduziere Freezers TP auf ein bestimmtes Maß. Das sollte doch zu schaffen sein. Ohne riesengroße Probleme. Freezers erste Form. Steht auch da. Wow. So, fängt schon mal ganz gut an. Zack. So. Wow. 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 Eieiei. Was hat denn der jetzt abgefeuert? Alter Schwede. Das hat ganz schön wehgetan. Yeah. Wow. So, haben wir noch, äh, Energiekapsel M. Jawohl. Wo? 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 Alter Schwede. Wo? Der Attacke kann man gar nicht ausweichen, glaube ich. Ich glaube, der Attacke kann man gar nicht ausweichen. Jawohl, doch so kann man gar nicht ausweichen. Ich habe es nicht gecheckt, die ganze erste Zeit. Aber es geht alles, wenn man nur will. Dreimal verwandeln. Oh, 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 oh. Nein, die erste Stufe haben wir schon mal. Hä? Freezers Finale-Form? Gleich die Finale. Warum gleich die Finale? Ich dachte, wir müssen jetzt gegen alle Stufen kämpfen. Oh Gott. Oh Gott, ich habe auch keine... Ich habe auch keine Energiekapsel mehr. Wow. Wow. Verdammt. Oh, verdammt. Das ist, das ist sehr dünn. Wow. Jetzt aber. Wow. Yes. Yes. Oh Gott, verschwendet. Zack. Yeah. Weiter geht's. Oh, da kommt schon schon Goku. Bam, bam. So, wir haben leider kaum noch... Kaum noch... Kaum noch, äh... Energie. Aber wir probieren... Aber wir probieren... Och, schon Ende. Das kann ja nicht wahr sein. Fehlschlag. Aber wir wollen das trotzdem nochmal probieren. Neu Versuch. Oi, oi, oi. Müssen wir jetzt wieder gegen den ersten kämpfen, oder was? Ja, Simon. Och ne, komm. Och, nö. Oh je, oh je. Wieder komplett von vorne. Das kann doch nicht sein. Mal wenigstens... Ach, unsere Energiekapsel haben wir wieder. Sehr gut. Die verschwendet sich anscheinend nur, wenn man eine Quest abschließt. Wenn andere Hechte filiyor, dann will man immer wiederrecht, als ich schweinlige Ver crumble sein darf. Und ich bin so desperate... Duwörter sein. was genius ist. Da kommt schon. Wow! Untertitelung des Eracht der Werden. Du, ducake ребята, Herr S June gen Sempresa. Jetzt aber! Yeah! Das war jetzt ganz gut. Und recht schnell. Zer Ende gebracht. Wow. 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 Yes. So, die sind nicht zufrieden. Wow! Ja. 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 Komm schon. Bam! Ja. Wow. 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 Ganz knapp. So. Ich fix die Energiekapsel. Zu mir genommen. Jawohl. Jetzt sind wir wieder bei... ...mit Piccolo. ... ... God. in der Mitte angehalten, wie soll das denn? Das wäre komisch. Uh! Lieber Abhauen, wenn es knapp wird. Ich denke, dass wir noch mächtig auf die Fresse kriegen. Yeah! So. Da kommt es von Goku. Ja, sehr gut weggeschleudert. Oh Gott, schon wieder verschwendet. Bam! Oh Gott. So, Goku, es tut mir wahnsinnig leid. Dass wir deinen Ach-Kamehameha einfach so abgebrochen haben. Boah, Ende. Scheiße. Mein Gott. Och ne, nicht schon wieder verloren. Och, Neuversuch. Och, Leute. Man, jetzt habe ich wieder... Mit Y habe ich doch die Attacken abgebrochen, oder nicht? Dammit. Jetzt habe ich was falsch gedrückt, weil ich nicht mehr wusste, wie der Attacken-Unterbrecher funktioniert. Einmal hatte ich... Och, das muss ich ein bisschen... Bisschen mehr verinnerlichen, das Ganze. Wow. Ja, mit Y. War doch richtig. So hat das dann nicht funktioniert. Ich dachte schon, jetzt habe ich eine falsche Taste gedrückt. Zack. So. Okay, aber das ist noch lange kein Grund, um sich in den Ass zu freuen. Wir haben ja vorhin gesehen, wie gut der abgehen kann. Und dann landen wir schnell auf der Fresse. Boah, gleich zweimal mega fett auf die Fresse gekriegt. Lass du die Kleinen in Ruhe. Das macht man nicht. Wow. Yeah. Okay. Jetzt der Piccolo-Kampf. Und dann kommt erst der Son Goku-Kampf. Das ist eine geile Kombo. Die mache ich gern. Erstmal hin und her. Kicken. Und dann... Schön, die Kombo-Bow. Wow. Dammit. Okay. Da muss man echt sofort reagieren bei der Attacke. Und die unterbrechen. Wenn man da ein bisschen zu spät ist. Oh Gott. Kann ich da wegfliegen? Nein. Da kann man nicht mal wegfliegen. Wie scheiße ist das denn? Boah. Okay. Ich glaube, das schaffen wir jetzt aber nicht. Haben wir noch eine Energiekapsel? Nein. Scheiße. Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann muss ich mir erstmal noch eine zusätzliche Energiekapsel besorgen. So. So. Fang mir auch nochmal, Freeza. Wow. Verdammt. Verschwendet. Wow. 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 Wieso will der sich mit uns betteln? Wow. Komm, jetzt dürfen wir nicht ablosen. Wir sind so knapp vom Ziel, Leute. Wow. Aber sau knapp. Oh Gott. Sag bloß noch eine Runde. Oh Gott, das war klar, dass ich das nicht schaffe. Oh Gott, das war klar, dass ich das nicht schaffe. Oh Gott, das war klar. Puh, Leute. Puh, zurück zum Zeitnest. Ich würde sagen, das können wir so nicht packen mit nur einer Energiekapsel. Ich muss mir erstmal ein paar Energiekapseln kaufen, glaub' ich muss mir erstmal ein paar Energiekapseln kaufen, glaub' ich. Ansonsten packen wir Freeza nicht. Ja, wir müssen eigentlich auch ein paar Energiekapseln, glaub' ich, da müssen wir da rüber, ne? Genau, da hinten ist ja gleich ein Kapselshop. Und dann können wir mal schön ein paar Energiekapseln einpacken hier, damit wir da nicht immer gleich sofort drauf gehen beim ersten Mal. Das ist ja scheiße sonst. Huiuiuiuiui. Nein, der gibt uns ganz schön Fresse. Objektladen. So. Kaufen natürlich. Energiekapsel. Regenenergiekapsel. Eine kleine Kapsel, die dich allmählich heilt. Stellt für kurz und langsam Gesundheit wieder her. Okay, Gruppenenergie S. Bis zum nächsten Mal.